Hallo und herzlich willkommen beim Wetter von Wetter.net. Ja, die Freibäder, die werden sich in den nächsten Tagen wieder ordentlich füllen, denn der Sommer geht in die nächste Runde mit viel Wärme und viel Sonnenschein. Und wir kennen das ja eigentlich schon. In diesem Jahr befinden wir uns gefühlt seit April im Dauersommer. Jeder Monat war bisher deutlich zu warm und auch in den nächsten Tagen geht es für die Jahreszeit zeitweise viel zu warm weiter. Und das haben wir einem hoch zu verdanken, das liegt hier über der Nordsee und zugleich haben wir heute hier ein Tief. Und dieses Tief über Österreich, das bringt teilweise dem Südosten von Deutschlands heute und auch morgen noch etwas Regen. Der Freitag selbst bringt in vielen Landesteilen dann relativ viel Sonnenschein. Nur hier am Alpenrand kann es noch etwas Regen geben. Die Temperaturen erreichen dabei 24 bis 30 Grad. Am Alpenrand bleibt es bei den Regenwolken mit Werten um 20 Grad etwas kühler. Am Samstag und Sonntag dreht der Sommer dann so richtig auf. Die Temperaturen erreichen vielfach 23 bis 33 Grad im Schatten. Und das sind dann wirklich beste Temperaturen für einen Besuch im Freibad oder am Badesee. Und auch nächste Woche, da geht es heiß weiter. Von Montag bis Mittwoch jede Menge Sonnenschein. Und die Temperaturen liegen meist zwischen 25 und 32 Grad im Südwesten. Es bleibt also weiterhin sehr warm, sehr sonnig, sehr heiß. Eben typisch sommerlich. Und erst am Mittwoch müssen wir hier im Süden mit einzelnen Schauern und Gewittern rechnen. Und auch danach geht der Sommer weiter. Es sieht nach Sommerwetter Open End aus in der kompletten ersten Juliwoche. Weiterhin sehr sonnig. Ab und zu nachmittags mal im Süden das ein oder andere Gewitter. Und die Temperaturen liegen zwischen 24 und teilweise 33 Grad im Schatten. Ja, mit diesen Sommer Open End Aussichten noch einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.